Und da sind wir wieder zu einer neuen Folge, ich wollte jetzt Alice Madness so schön sagen, aber ihr seid mir ganz und gar nicht, zu The Walking Dead 400 Days. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben vorhin den Wyatt gespielt, beziehungsweise in der letzten Folge. Haben es vielleicht ein bisschen, ich weiß gar nicht, hätten wir es zum Auto schaffen können? Ich glaube, ich hoffe nicht, denn wir haben es, wenn wir es hätten schaffen können, habe ich es verkackt, muss ich offen zugeben. Ähm, vielleicht war ich dann auch einfach nicht schnell genug und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir den Polizisten gerettet haben oder nicht und ob der überhaupt überlebt hat. Keine Ahnung, werden wir bestimmt aber noch am Ende herausfinden. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal mit Vince weiter. Oh, das ist aber eine Schnicke. Na? Nein, Spaß. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob du warst. Oh. Okay, er hat einen Lebenden umgebracht. Ich weiß nicht warum, irgendwie erinnert der mich ein bisschen an Glenn. Shit. Äh, nach oben. Oh, fuck. Mülleimer wäre doch blöd gewesen. Uh, sind wir... Ah, ich erinnere mich. Vince, Tag 2. Ganz am Anfang, dann hätten wir ihn vielleicht am Anfang spielen sollen. Wir wurden anscheinend festgenommen. Können wir mit denen reden? Ich kann nicht glauben, dass diese Arschlösen die Arschlösen zu lassen. Haha. Was ist das? Was? Du kennst dich. Du kennst dich. Ja. Hey, Vince. Justin ist mir? Es ist zu heiß für diese Scheiße. Vince, ich mache ihn heiße jetzt. Ja, Danny, du kennst mich heiße. Ich wusste es. Ich habe das Lattin-Heat, du kannst dich nicht resisten. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Jungs, immer werden wir verletzen? Wie sonst werden wir die Zeit verletzen? Ey, Mann. Wie geht es dir, du öffest eine Schmerz? Das ist eine Schmerz. Das Schmerz ist ein Schmerz. Das Schmerz ist ein Schmerz. Die Schmerz ist ein Schmerz. Oh, wir sitzen jetzt alle hier, ne? Das Schmerz ist ein Schmerz. 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 Ruf sie an. Versuch sie. Gott, der dahinten gibt mir Wissen auf die Nerven. Er denkt nur an sich, also er jetzt. Und jetzt hier bin ich, und da sind sie. Und Wall-Street-Assholen, die die selben Zahlen auf der TV schreien. F*** das. Wie hat das alles funktioniert? Es war wie eine Pyramid-Scheme. Das ist nicht so... Es war eine wirklich gute Pyramid-Scheme. Die gute Scheme ist immer Scheme. Das war ein ziemlich elegante Scheme. Wie warst du mit dir selbst leben? Boah, ich glaube, er ist echt unberechenbar. So wie ein paar hundert K? Ein bisschen über eine hundert. Millionen. Verdammt, Junge! Wenn wir hier rauskommen, du, ich und Vince. Wir müssen ins Business gehen, weißt du was ich sagen? Du weißt, ich weiß nicht eigentlich nichts über dich, Vince. Vielleicht ist er ein Priester. Ja, Vater Vincent. Ach, wir sind ehrlich. Wir sind ehrlich. Ich helpt meinen kleinen Bruder. Sie senden dich für das jetzt? Er war in Trouble. Ich musste ihm helfen. Ich wusste, es war etwas dummes. Hast du es, Mann? Wenn du sagst, was ich glaube, du bist, dann habe ich Respekt für dich, Mann. Aber das ist ein schweres Ding, du kennst. Oder? Wie viele Jahre alt sind? Ja, ich fühle dich. Wie hast du dich? Du bist das? Du hast dich getrennt. Du hast dich auf den Rücken. Und ein Röfer gefunden. Der Röfer wurde die nächsten Tag. Du hast mich schulden. Mann, du hast du schlechtes Glück, Vince. Du schlechtes Glück, Vince! Das ist nicht schlecht. Was du denkst, Justin? Was du denkst, Justin? Was du gündigst? Oh, oh. Das sind aber ein bisschen viele Facts. What? Mein Gott, die Polis, das macht gar nichts. Also ihn mag ich mehr als den Typen dahinter. Warum gehen die da nicht rein? Meine Fresse. Schlag ihn, K.O., nicht töte ihn. Schlag ihn, K.O. What? What? What the fuck? What the fuck? Nein, nein, nein. Ich glaube, ich weiß nicht, was kommt. Was? Er lebt doch vielleicht noch... Just give me a damn minute. You might still be alive. Call a damn ambulance, man. I just need a minute. I need a minute to think. You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth. What? Junge, ich glaube, du hast den falschen Beruf. Okay, okay. Calm down. Take it easy. I'll calm down when you quit running your fucking mouth. Everything's cool. What? Just take a breath, okay? Everybody needs to calm the fuck down. Situation's bad enough as it is. Junge, was ist bei dir verkehrt? You really want to pull that trigger again, son? Meine Güte. Okay. Jetzt kommen die ersten Walker. Yeah. Hey, you gotta get us the hell out of here. We're not going anywhere. Fuck that. Get this bus moving. Hey, driver, let's go, man. We're staying right here. We're safe inside the bus. Nothing's gonna... Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Hey, you need to call someone. You hear me? We need to... Oh. Toller Polizist. Klasse. Einfach nur klasse. Oh, shit, 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 shit. Ach, dem... Der spürt doch nichts. Shit. What are we doing, guys? Come on. We gotta do something. We're trying to think. We need to get off this bus. Okay. Okay, man. But what's the plan? Where's the cards gone? Yeah, yeah, the gun. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, dann? Kollege. Oh, fuck me. Oh, my God. Cool. Get the gun, man. Get up, Vince. Alles klar. Dann machen wir das doch. Oh, 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 oh. Wow. Das ging jetzt schnell. Uh. Da hat man noch ein bisschen Hören gesehen. Okay, wir müssen hier raus. Hat er vielleicht noch was? Das ist nicht gut. Ach, dann hat er wahrscheinlich der andere. Oh, klasse. Oh, fuck. Tja. Sagt er, und sie kamen. Okay. Ja, red nicht so viel. Ich will was machen. Nicht? Nein. Oh, das kommt nicht durch. Ja, okay. Habe ich gerade versucht. Oh, what, 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 what? Oh nein, nein, ich muss mich jetzt entscheiden. Also ich muss ja sagen, ich mag ihn weniger. Oh nein, ich habe wahrscheinlich nicht viel Zeit. Oh nein, oh nein. Shit. Shit, 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 shit. Oh ja, danke. Ich glaube, oh, what? Oh, what? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? 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 Das ging jetzt sehr schnell, aber... Oh, krass. Ich weiß nicht. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass es so richtig wäre. Oder besser ist. Denn der andere, der kam mir so unberechenbar vor und ohne Reue und oh, ist mir sowieso scheißegal, ich habe das Geld, ich bin cool. Und der andere hat es ja bereut, was auch immer. Er hat ja erst mal gesagt, dass das nicht wahr. Hm, wer weiß. Aber er hat es wenigstens bereut, beziehungsweise er hat gesagt, dass das nicht wahr und dass so etwas niemals tun wird. Und der andere, ich habe alles, ich habe das ganze Geld genommen. 100 Millionen, Millionen waren das, glaube ich, ne? Deswegen habe ich mich so entschieden. Das ist jetzt eine kurze Folge, allerdings hatte ich das jetzt so gedacht, dass ich immer eine Runde aufnehme für eine Person. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, das war Vince. Und wir fangen dann in der nächsten Folge mit Shell oder Russell an. Weiß ich noch nicht, eins von denen, einen von den beiden oder vielleicht auch Bonnie. Schauen wir mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Und habt noch einen schönen Abend. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Tschüssi.